ja hallo liebe leute herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen video von mir und zwar habe ich mir gedacht mache ich euch heute doch mal ein kleines video über meinen wochenend trip denn ich war in hamburg auf dem anno 2205 fanfest event und wollt euch da mal ein paar impressionen rüberkommen lassen vom abend wie es war und ja ich habe auch ein kleines video gemacht sind allerdings nur ich glaube 26 sekunden oder so das werde ich auch gleich noch mal einblenden es war ein super abend man konnte mit den entwicklern reden man konnte mit vielen gleichgesinnten reden sehr viele anno profis ich selber würde mich nicht als anno profi oder als anno veteran bezeichnen weil ich nicht alle teile gespielt habe aber ich kenne mich schon sehr gut aus damit und habe es auch vor hier auf unserem kanal gaming buddies zu let's playen auch hier diese playlist wo übrigens das video jetzt hier findet in der playlist anno 2205 werde ich sobald das spiel draußen ist ab dem dritten november beginnen videos zu machen für euch und ja ich habe schon den ersten eindruck vom spiel bekommen ich habe es ja auch auf der gamescom schon angezockt allerdings war das nur die demo die ging nur bis zu einem gewissen punkt danach war die demo vorbei und es waren auch ich glaube nur 15 minuten gameplay wo wir da hatten bis dann die nächste welle dran kam mit spielen weil man da bis zu einer stunde angestanden hat das musste irgendwie organisiert werden deswegen hatte jeder nur die möglichkeit eine viertelstunde zu spielen wir hatten an dem abend am samstag in hamburg die möglichkeit von das wird mir überlegen ich meine es war so circa halb sechs sechs rum bis um null uhr wir haben uns immer mal wieder abgewechselt da es jetzt nicht für jeden extra platz gab aber es war an sich ein wunderbar gelungener abend jetzt würde ich sagen spiele ich euch mal das video ein ich starte mir das gerade mal hier damit ich euch das bisschen rüber bringen kann also ja es war ein sehr gemütlicher abend es war mit einigen leuten vor ort gewesen wie gesagt die entwickler waren da sie haben auch änderungsvorschläge angenommen die wir vorgeschlagen haben auch von mir übrigens den ein oder anderen den ihr dann vielleicht noch bemerken werdet und ja es war für sich ein sehr gelungener abend ich danke auch an der stelle an ubisoft dass sie diesen abend überhaupt möglich gemacht haben denn es ist ja nicht selbstverständlich dass ein entwickler oder publisher es möglich macht so ein so eine enge kommunikation zwischen dem entwickler und der community zu finden und ich denke mal dass dieses event an diesem samstag in hamburg eigentlich eine sehr gute sache ist denn so ist es uns möglich als community unsere wünsche zu äußern und die entwickler haben dichteren bezug halt einfach zur community und können so einfache vorschläge und ideen auch umsetzen ja was wollte ich sonst noch sagen ansonsten fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr groß ein das spiel kommt am dritten november ich persönlich haben mir die collectors edition vorbestellt da ist ein artbook mit dabei der season pass für die zwei erweiterungen die kommen werden tundra und orbit und was ist noch dabei eine mondkarte und das war es glaube ich soweit und ich glaube noch ein soundtrack vom spiel ist auch noch mit dabei also wer sich das spiel noch holen möchte auf den üblichen plattformen amazon oder im freien handel je nachdem wo ihr es gerne holen möchte auf jeden fall ich empfehle es euch es ist eine sehr schöne sache man kann sich sehr lange damit beschäftigen die entwickler haben sich sehr viel mühe gegeben bei diesem anno dass es auch wirklich schön ist und auch spaß macht und man wirklich stundenlang an diesem spiel spielt ohne dass man ohne dass ein ende in sicht praktisch ist und man dann später schaut wenn die erweiterung noch dazu kommen dann wird das spiel ja praktisch immer weiter erweitert und man kann immer mehr sachen machen also es ist wirklich ein sehr schönes spiel wer strategie spiele mag den punkto des gefechtes des krieges haben sie jetzt diesmal ausgelagerten externe sessions wer das noch nicht weiß auf jeden fall ist das diesmal ausgelagert worden hat mit dem gameplay system zu tun da man in verschiedenen sektoren sich befindet und halt niemals wenn man in einem sektor ist das mitkriegt was in dem anderen sektor passiert damit da halt nichts kaputt gemacht wird ohne dass man sich wehren kann praktisch deswegen haben sie jetzt diesmal die militär sessions ausgelagert in externe gruppen das heißt eure städte können gar nicht mehr angegriffen werden oder zerstört werden und ja ich bin sehr gespannt was noch kommen wird also tontra und orbit sind ja schon angekündigt vielleicht kommt noch mehr content man weiß es nicht und ich kann euch nur empfehlen falls dieses event was am samstag in hamburg war nochmal stattfindet für einen neuen anno teil der in ein paar jahren vielleicht kommt bewerbt euch ich war jetzt das erste mal dort ich habe mich beworben abgedacht naja vielleicht wirst du genommen also ich bin ja auf youtube hier noch nicht so bekannt einfach eine bewerbung abgeschickt reingeschrieben was sie wollten warum ich dabei sein sollte habe es exakt so geschrieben wie ich es euch gesagt habe dass ich kein veteran bin und habe das glück gehabt dass ich genommen wurde deswegen kann ich euch nur empfehlen wenn sie noch mal so ein event starten für das kommende anno was weiß ich in vier fünf jahren sechs jahren keine ahnung werbt euch es ist auf jeden fall wert es ist ein wunderbarer abend gewesen dort ist sehr empfehlenswert ich danke an der stelle noch mal ubisoft dass sie das möglich gemacht haben sie haben auch eine übernachtung in hamburg spendiert weil leute wie ich ich bin fünf bis sechs stunden von hier bis nach hamburg gefahren es wäre blöd gewesen hätte ich an dem abend noch nach hause fahren müssen nach zwölf deswegen wunderbar ein wunderbar gelungenes wochenende wunderbar gemacht ein hotel nach spendiert und ein wunderbarer abend mit anderen 22 2005 schuldigung und ein wunderbarer abend einfach perfekt gelaufen deswegen vielen dank das ist ja das ist ja ich bin